Guten Tag, mein Name ist Göran Hachmeister und ich habe einen Kriminalroman mit meinem Kollegen und Freund Richard Birkefeld geschrieben. Wir sind beides Historiker aus Hannover und haben uns immer für Kriminalromane interessiert und haben dann das einfach mal begonnen. Einer dieser beiden Romane spielt im Dritten Reich während des Nationalsozialismus und der andere in den 20er Jahren. Also sie haben einen historischen Hintergrund. Der erste, ich will über diesen berichten, der im Dritten Reich spielt, ist für uns ein interessantes Thema gewesen, weil diese Zeit ja eine kriminelle Zeit war, eine kriminelle Gesellschaft und wir in dieser Zeit einen kriminellen Kommissar einen Mörder suchen lassen und das fanden wir ein wichtiges Spannungsfeld, um dort eine schöne Geschichte daraus entwickeln zu lassen. Diese beiden Personen hetzen durch das untergegangene Berlin und man weiß nicht, ob der eine den anderen kriegt oder wer die ganze Geschichte überlebt. Um diese Geschichte sehr authentisch zu machen, muss man natürlich auch wissen, was in der damaligen Zeit gewesen ist. Dafür mussten wir sehr viel recherchieren, was uns viel Zeit gekostet hat und aber auch dann diese Spannung nach unserer Meinung sehr erhöht. Wir wissen also, was in den bestimmten Gegenden passiert ist, welche Bomben gefallen sind und wie die Leute sich im Kontext bewegen können, war für uns sehr wichtig, das durch die Quellen zu entwickeln, aber durch die Fiktivität noch mehr Emotionalität in unsere Geschichte hinein zu bekommen, die uns hilft, dass die Helden sich in dem Raum sehr authentisch bewegen. Eine unserer Hauptpersonen sitzt zu Beginn des Romans in einem Konzentrationslager und kann fliehen und flieht nach Berlin und stellt fest, dass seine Frau umgebracht worden ist und will jetzt die Täter zur Rechenschaft ziehen und bringt einen nach dem anderen um. Das gefällt natürlich der deutschen Polizei nicht und sie setzt einen ehemaligen Kommissar, der aber auch in der Waffen-SS gearbeitet hat und in Europa Verbrechen in Polen und in der Ukraine begangen hat oder daran beteiligt ist. Dieser Mann wird darauf angesetzt, diesen Mörder zu suchen. Also ein Mörder sucht einen Mörder. Das ist die spannende Geschichte, die wir erzählen wollen. Mein Name ist Richard Biergefeld. Ich bin Historiker und Autor und habe zusammen mit meinem Kollegen Göran Hachmeister zwei Bücher geschrieben, zwei historische Romane. Der eine spielt in der Nazizeit und der andere in der Weimarer Republik. Ich möchte kurz etwas sagen zu dem Roman, der in der Weimarer Republik spielt und den deutschen Titel trägt, Deutsche Meisterschaft. Er spielt 1926 und handelt vom Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland. Der Titel Deutsche Meisterschaft weist auf ein Zitat hin von Paul Celan aus dem Gedicht Die Todesfuge mit dem ewigen Refrain, der auftaucht, der heißt Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Um dieses Phänomen des Aufstiegs des Nationalsozialismus zu demonstrieren, haben wir das versucht am Motorradrennen festzumachen, die damals, um die deutsche Meisterschaft auszutragen, an verschiedenen Orten im Deutschen Reich stattgefunden haben. Für uns war das Motorradrennen die richtige und passende Metapher darzustellen, wie die Nationalsozialisten 1933 an die Macht gekommen sind. Dazu haben wir unsere Fahrer ausgestattet mit unterschiedlichen politischen Couleur. Unter den Fahrern, die diese Rennen austragen, sind Rechte, sind Linken, sind Deutsch-Nationale, Katholiken, alle Parteien, die damals in der Weimarer Republik vertreten waren und gleichermaßen ein Rennen austragen, an verschiedenen Orten im Reich, die gewissermaßen die Vielzahl der Wahlen symbolisierten, die damals in der Weimarer Republik stattgefunden haben. Das Gleiche kann man eben auch auf dieses Motorradrennen übertragen, da man feststellen musste, dass diese Motorradrennen, die immer sich im Kreis bewegten, immer schneller wurden, immer brutaler wurden, es immer mehr Tote gab und somit im Grunde eine Zeit symbolisieren, die immer gewalttätiger wurde und am Ende eben letztendlich das zur Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland führte. In dieser Geschichte spielen zwei Protagonisten die Hauptrolle. Der eine ist Arno Lambrecht, einer aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrter, im Krieg verrohter Mensch, dem es unheimlich schwer gefallen ist, in der Weimarer Republik durch Arbeitslosigkeit wieder Fuß zu fassen. Er neigt zu Gewalttätigkeiten, hat keinen Job und versucht, mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über die Runde zu kommen. Sein Gegenspieler, ein deutsch-nationaler Falk von Dronte, der sich den rechten Kreisen angeschlossen hat, gerne im Krieg gewesen wäre, aber aufgrund seines Alters es vor 1918 nicht mehr geschafft hat. Beide Protagonisten teilen eine Leidenschaft, sie sind begeisterte Motorradfahrer. Beide Protagonisten haben gewissermaßen Leichen im Keller. Arno hat damals 1923 seine Frau verloren, die ermordet wurde, wo er selbst in den Verdacht geraten ist, seine Frau getötet zu haben, während Falk von Dronte in einen Fememord verwickelt ist. Diese Morde, bei denen zwei Leichen aufgefunden wurden, denen der Kopf fehlte, verbinden die beiden. Und während dieser großen Rennveranstaltungen werden immer wieder an den einzelnen Rennplätzen Leichen gefunden. Und beide Protagonisten geraten ins Visier der Polizei. Die Geschichte ist eben so, dass man hier herausfinden möchte, wer letztendlich am Ende für diese Morde verantwortlich war und wer wirklich der Mörder ist von den Menschen, die an diesen Rennorten tot und ohne Kopf gefunden wurden. Aber das ist natürlich dann das Geheimnis der Geschichte und das muss der Leser natürlich selbst herausfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020